hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded wir holen uns jetzt noch ein paar stängelchen will heute auf jeden fall den hinteren turm fertig bekommen der boden wird noch ein bisschen dauern aber was wollte ich die immer mitnehmen wegen seilen dann sollte ich das auch hier sind beide voll nicht gut endlich ist der wieder da so ergiebig guckt euch an das ist ja genial acht den rest pack ich hier drauf hallo es ist tag verschwinde dann nehme ich dich mit 7 ein übersehen da geht es zum nächsten pflänzchen gut das sind nur vier aber baumfeld der ist glaube ich auch voll oder einmal stellen wir neben den anderen nie sondern mich ist ja nicht ich habe mir trotzdem eine neue palette hier erstmal die die hier in der nähe sind also schmackhof hat nicht mit kohlen haben wir nicht gewettet die wahl hin donnern ich habe das gefühl also ein stängel fehlt was er auch tut so eigentlich müsste das dicke ding hier müsste doch mehr geben als dieser schmale hansel hier da hat schon wieder eine laus sein ihre freude so okay ich das jetzt schon zumindest bis ich oben alles fertig habe okay voll einer fehlt noch nicht da noch einer aber natürlich super drei volle okay fangen wir mal an keiner will sehen will ich hier stundenlang am hacken denn so gehen wir direkt durch bis nach hinten stellen hier viele paletten wir haben ist ja echt irre hier haben wir hier noch ja aber ich hätte gerne grobe seile gehabt da hatte ich wohl keine wassen mehr für grobe seile ja man hat noch ein paar seiten sein okay ein bisschen hausarbeit muss sein so kommt alles drin ich nehme ich mit zwei paletten müssen reichen vor heute wenn nicht wir wissen ja wo es noch welches gibt ich nehme dich mit vielleicht reicht ja auch eine palette was ich mir aber so nicht vorstellen kann da hin ich zog so und jetzt muss ich hier nicht hier sondern hier das fertig bauen das fertig bauen das fertig bauen genau geht ja noch ein höher ja das war jetzt letztes mal ein bisschen doof überlegt ne ähm wir müssen ja doch da lang gehen so hm ja und warte der kommt denn ja in die mitte in die mitte da drauf so ok richtig bauen ja tja falsch gedacht ne und ich kann ich nicht bauen ok aber dann wird das hier die letzte etage und da ging es ja halt drum dass man komplett rund rum laufen kann das geht halt nur so deshalb musste ich das anders machen ok nochmal eine palette holen stopp wie heute alles schön mit wie sieht es denn hier aus ich gehe ein ziegel rum das sieht komisch aus ach ne das ist alles klar da wird auch nicht reichen ne hier ich habe keine grobe seile habe ich noch wieso ging das da oben nicht bestimmt aber falsch auf dem schirm gehabt stelle ich jetzt mal da hin so schwierig zu bauen die will ich fertig bekommen hier einmal rund 12 also mist nie ich ich fliehe nicht jetzt nicht ach dann muss ich das ja auch noch mal umbauen oh menno nein muss ich von unten bauen geht nicht anders ok ja schwierige angelegenheit so hier kann ich nur ein flying das heißt diese seilbahn die wollte ich ja sowieso hier hinstellen ok warte einmal drumherum bitte und zwar nehmen wir das da da war ich wohl letztens zu übermütig ich dachte ich hätte da oben alles fertig war wohl nicht der Fall so hier in die Ecke im flying sind es noch 19 ich glaube ich gerade so oh ja es reicht super noch einmal Stängel holen und dann könnte man in der nächsten folge schon ähm ja die seilbahn umlegen ne verlegen das soll alles oben hin gut das ist jetzt noch nicht allzu hoch aber es sollte reichen palette wo bist du ja hier ist noch ein bisschen holz das wird auch hoffentlich jetzt reichen ja es muss es muss reichen naja den hinteren Turm sieht man von hier aus gar nicht ne aber der ist drei hoch ach von hier sieht er schon besser aus ne der ist eins zwei drei hoch ja das sollte so stimmen nach meinem plan eine plan jetzt warte mal äh am ende mal so hier wird es jetzt hier schmäler ne hier wird es schmäler ne eins zwei drei hoch ja doch pass das ist doch das kann doch so auch nicht funktionieren da ist doch eine Tür ähm dann kümmere ich mich später drum jetzt muss erstmal hier oben alles fertig gemacht werden und dann schau ich mal also alle seile die von hier kommen ich hab ja nur ein ich hab nur eine seilbahn ähm ja ich würde eine seilbahn wenn ich sie denn finde also einmal hier eine hinbauen die den bereich nach da macht und dann hier eine hin die den bereich so abdeckt ne also wenn das geht das geht so weit die hier einmal dahin einmal dahinten hin könnte auch gehen und in die richtung habe ich dann noch nix ne und hier aber auch eine aufstellen hier kommen die ganzen seilbahnen hin aber in die richtung mal ehrlich brauche ich in die richtung eine seilbahn kann ich die da oben drauf setzen zu weit weg ne ok dann brauche ich die ich mach fertig ok wenn ich dich mit x weg mach wo geht es wo gehen die seile hin ins inventar aha ok ja das passt doch komme ich da raus ne komme ich nicht ach man warum oh man ja gut muss man das zweimal machen und ich hoffe nicht dass ich dann beim rückflug da hängen bleibe hm ein höher bauen geht auch nicht ne testen was naja hat funktioniert gut nervt mich trotzdem die das nicht höher könnte ich das denn höher bauen könnte hier die zwei wegnehmen aber nee nee schon gut so hier mal noch hin und hier mal noch hin ja es wird genauso wenig funktionieren wie das hier oder mhm warte mal kann ich es vielleicht ein bisschen weiter nach vorne bauen das ist zu steil ne also so würde vielleicht gehen wir können es nur testen das andere wird nicht funktionieren äh nee da hin aha okay gut dann wieder zurück jetzt auch in die richtung ja perfekt super super ich mache es am besten mit denen auch ne ein bisschen mehr davor ja dann wird es wahrscheinlich von außen nicht ganz so prickelnd aussehen aber warum habe ich den anderen eigentlich abgebaut hätte gar nicht sein müssen ne hätte denn auch verschieben können egal mir gefällt das so ich bedanke mich dann fürs zuschauen wir sehen uns halt morgen wieder aber es ist doch schon tief hier ne also kann man nichts sagen da fehlen überall noch bretter und holz was weiß ich wie gesagt ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen gehabt euch gut und tschüss